Jo Freunde, Basket Up, herzlich willkommen zu diesem Video und heute machen wir Idiotentest am Kudamm und ja, mal gucken wie viele mitmachen werden und ja, dann würde ich sagen, geht's los mit dem Video. So Leute, wir haben jetzt die ersten Kandidaten und Ibo, ich hab grad Ibo getroffen, ihr wisst Bescheid, schaut mal bei ihm vorbei, lasst mal ein Abo da, er hat auch schon gemacht, ne? Ja, ich hab auch schon einen Idiotentest gedreht am Alexanderplatz und ja, heute zufällig Kevin getroffen. Ich stell ihm einfach mal Fragen von meinem Kanal, deswegen checkt mein Video auf jeden Fall ab, also es muss, oder? Ja, erster Link. Erste Frage, wie viele Tiere nahm Moses mit auf die Arche? Muss ich mit Geschichte aus, keine Lust. Gar keine, Noah. Noah nahm die mit, nehmlich. Arche Noah, kennst du dich? Auf einem Baum sind 10 Vögel, jemand schießt auf einen Vogel, wie viele Vögel bleiben übrig? Neun. Oder zehn. Gar keins. Nur andere weg. Als ob, wenn mal einer abknallt, die anderen nicht wegliegen. Denk mal ein bisschen ab. Los, letzte Frage. Warte, wir haben die doch echt gut. Schneidest du rein, ja? Wie oft kann man einen 100-Euro-Schein wechseln? 100 Mal. 100 Mal. 100 Mal. Ja. Einmal, dann ist das doch schon gewünscht. Ich mache die Dupen-Test und ich mache die Dupen-Test und mache Kack selber, Alter. 100 Euro-Schein teilen, also 100 Euro-Schein wechseln. Einmal. Ja. Welchen Kontinent ist abgehört? Abgehört das Kontinent. Okay, Leute. Ja, Leute, ich bin SnaveTV. Wer mich noch nicht kennt, der kann mich gerne abonnieren. 11.000 Abonnenten momentan. Ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Auf jeden Fall abonniert den Jungen auch. Macht gute Videos. Und das dir wird noch was guter und ja, was dir Glück hier auch bin. Okay. Okay. Also, erste Frage ist, ein Bauer hat 16 Schafe, alle sterben außer Neun. Das ist ein Logik, Alter. Alle sterben. Noch mal in die Kamera. Ja, alle sterben außer Neun. Was ist 2 plus 2 mal 2? 6. Okay. Okay. Das ist richtig. Okay. Wenn du einen 100er-Schein hast und den wechseln willst, wie oft kannst du es wechseln? Also, 100er-Schein. 100 Mal. 100 Mal. Mach mal in die Kamera. 100 Mal. Also, diese Menschen... Ach, mehr als 100 Mal. Darüber mache ich dich nicht lustig. Nein. Einmal. Du kannst doch nur einmal wechseln, ja. Was ist die Hauptstadt von Asien? Darf ich googeln? Hä? Asien ist ein Konzept? Ja, aber... Okay, Leute. Schaut noch bei ihm vorbei. Schaut noch bei ihm vorbei. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Gibt's Bescheid. Ein Bauer hat 16 Schafe, ja. Alle sterben außer 9. Die hat er noch. Und wie viele Schafe? 16. 16. 9? Ja. Okay, äh... Die Hauptstadt von Asien. Tokio. Okay. Nochmal in die Kamera. Tokio. Es ist ein Konzident. Richtig. Ihr habt einen 100er Schein, ja? Ja, könnt ihr den wechseln. Einmal. Zweimal. Einmal? Man wechselt den nur einmal. Einmal. Ja. Ja. Ja, ich hab richtig. Was ist 2 plus 2 mal 2? 8. Richtig. Nochmal. Wie schlau. Nochmal? In die Kamera. 8. Okay, ist falsch. Okay, ein Bauer hat 16 Schafe, ja? Alle sterben außer 9. Die Partina. 9. Okay. Ich kenn doch vergessen. Okay. Was ist die Hauptstadt von Asien? Asien ist Partina. Also ihr habt jetzt einen 100er Schein. Und ihr wollt ihn wechseln gehen. Wie oft könnt ihr ihn wechseln? Gar nicht. Oder zweimal. 50,50. Ja, ja? Okay. Komm mal in die Kamera. 50,50. Na ja, wir können ihn so wechseln, wie wir ihn wollen. Ja. Also man kann ihn ja eigentlich nur einmal wechseln, oder? Wenn die wechseln geht. Ja. Einmal nur wechseln. Ja. Okay, das war's schon. Okay. Okay. So Leute, das war's mit diesem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal alle ein Like da. Und ja, dann werde ich's ja sehen, ob es euch gefällt, wenn ich sowas mache. Dann mach ich vielleicht noch einen zweiten Teil, wenn ihr Bock habt. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, abonnieren nicht vergessen und die Glocke anschalten. Ihr wisst Bescheid. Haut rein und ciao.